Jo Leute, was geht ab, was geht ab. Ich habe gesehen in letzter Zeit sehr viele 81er, Timo Hackbrot und sowas dort an meiner Seite. Tut euch da keinen Zwang an. Ich bin ständig in eurer Nähe. Bin jetzt auch gerade 100 Meter entfernt vom Clubhouse. Die Welt ist klein, was soll ich euch sagen, Leute. Ich finde das nur peinlich und lächerlich. Warum machen die nicht bei mir wie bei Barella? Auf Schwächerei losgehen ist nicht schwer. Versteht ihr? Das ist das. Ich kann mich wehren. Das ist der Unterschied. Versteht ihr? Seht ihr? Peinlich, peinlich, peinlich. Und das soll der größte Club der Welt sein. Oh mein Gott, peinliche Aufen. Versteht ihr? Wenn man was sagt, dann zieht man durch, oder? Man macht es nicht auf Bauchreden, aber die Restzeit reden und keine Ahnung was. Versteht ihr? Und das ist genau der Unterschied. Ihr kennt meine Blut nicht. Was glaubt ihr? Ich versteht mich jetzt vor 81 Jahren, oder was? Ist das euer Witz, oder was? Frank-Kacki! Frank-Kackaboot! Die langweilen mich schon, ohne Scheiß. Wirklich langweilig. Die langweilig. Die langweilig. Die langweilig. Hier ist deren Kamera, versteht ihr? Hier ist auch Kamera, versteht ihr? Es sind kleine Kinder, was soll ich euch sagen, als ob irgendwer solche Leute ernst nimmt, versteht ihr? Ich zumindest nicht. Hier. Kleine Welt, was soll ich euch sagen, Leute? Abonniert den Channel, aktiviert die Glocke, lasst mir ein paar gute Kommentare da. Ihr wisst, Mo 86 mit 87, da ist ein großer Unterschied, versteht ihr? Wenn ich was zahle, mache ich so, versteht ihr? Und ich weiß auch nicht, warum die mit 50 Mann irgendwo schaulaufen waren. Peinlich. Deswegen gibt es nur einen, Mo 86, keine zwei Stück. Abonniert den Channel, aktiviert die Glocke. Und deswegen kann ich nur sagen, peinlich, peinlich, peinlich. Manuel 10. Manuel 10. Mo 86, Labrador Nostra, abonnieren, Glocke akcedieren. Und ich schwörs euch ja wohl oft hier zu tun, wenn ich hier sehr oft die Pfanne hinter mir. Versteht ihr? Deswegen, was soll ich euch sagen, Mo 86, Labrador Nostra, Unterstrasse, Furbystrasse. Abonniert den Channel, aktiviert die Glocke. Machen wir die fünf Minuten voll. Ihr seht ja, bei mir wird abgeliefert.